Hallo, Freunde der Minecraft. Weiter geht's in Piston House Survival. Wie du immer so eine Pause machst. Das da ist falsch. Ich meine, so an sich eigentlich richtig, es muss nur um einen Block darüber. Das ist doch egal. Ja, nein, es muss um einen Block nach rechts, sonst passt hinten der Schweif von der Katze nicht. Na, da hat Rose ja viel zu tun. Ich lasse es machen. Ich muss es von hinten angucken, aber es geht sich auch nicht komplett aus. Aber so sieht sie eigentlich schon ziemlich gut aus. So, jetzt wollte ich, genau, ich wollte Banner machen. Das heißt, ich werde jetzt mal ins... Oder wir machen das Schwänzchen der Mieze Katze einfach kürzer. Bitte was? Oder wir machen das Schwänzchen der Mieze Katze einfach kürzer. Ja, oder warum? Ich weiß es nicht. Ich lasse es mal. Mal gucken. Ja, blöd, das ist heute Pain nicht da. Ist egal. Ach, Mann. Ich bin ja schneller oben als du mit. Äh, ja. Klar. Egal. So funktioniert das bei dir immer. Bei mir geht der nie. Äh, das funktioniert nicht immer. So, eigentlich hauptsächlich, wenn ich alleine drauf bin. Irgendwie. Keine Ahnung. So, was ich jetzt brauche... Äh, ich wollte doch... Ich wollte doch Wolle. Ich will doch Banner machen. Banner? Weiße, weiße Banner, weiße Banner, weiße Wolle. Oh, keine weiße Wolle, aber weiße Schafe. Das ist doch schon mal was wert. So, äh, dann hole ich mir erst mal, hole ich mir erst mal eine Schere. Zsshh... Juuuut. Zum, dum, dum, dum. Äh, da wollen... Wieso... Was ist denn das jedes Mal? Jedes Mal hänge ich da an der Tür. Ah, wo Sera. Hm. Renn ich schon? Ach so, ja. Ich bin ja gar nicht im Ratius von diesen. Ja. Genau. Mach mal so zwei Scheren. Genau. ich habe nichts gemacht ich bin wo muss ich den block weg machen dass das aufhört es müsste aufgehört haben jetzt das will einfach nicht und der runde ja kämpft gegen das wasser an höhe ich habe das weizen ich renne schon wieder vorbei ja aber wir hatten nicht genug hübe dafür jetzt sagt mir doch endlich was für ein block ich abbauen muss erkennen ich weiß nicht welchen block abbauen muss dafür das gehört glaube ich alleine auf irgendwann so eigentlich wird es nicht weil ich habe gerade von dem block abgebaut aus versehen jetzt müsste aufgehört genau nein hat es nicht es hat wieder das doch jetzt aufgehört jetzt aufgehört es hilft alles nicht ich muss rein sonst kriegt die wolle nicht und da muss ich mir ausweg suchen tut mir leid und so aber ich kann den blog jetzt nicht wieder hinsetzen weil ich habe das system gerade das ist so blöd okay dann legst du einfach in die kiste und wir sagen es nicht ist mal pain dass man es ist nie geschehen okay das ist von alleine kaputt ja wir waren auch nicht so eine raus und machen die tür für den hast du dich gerade bei den schafen eingebaut ja erst mal hier wieder schnell zu machen bevor es wieder rauskommt ja die schafen müssen wieder reingeschoben werden denn wenn man deine wolle ich habe sie hier das schafen nicht wieder rein doch nein nicht das kommt auf den teller nein das ist ja das schafen da kommt nicht nur ich halt die bei mir geht mal her vielleicht habe ich ein besseres händchen mit schafen dekoriert ist ja schieb es mal rein das weiß gerade nicht wie es funktioniert danke so wie bist du da jetzt rausgekommen du kannst den teppich auf den teppich auf springen echt jetzt ja das wissen wir die scharfen da nicht raus das könnte man auch in so einem käfig halten ach ja auf dem teppich ja klar teppich der mieter nur ein kannst dich noch an die treppe und die ich mal gebaut ja 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 ich erinnere mich kann ich noch ein bisschen wolle fahren in ruhe ohne dass man hier so ne ich weiß nicht warum das neu kennen sind macht mir nicht nach scharf gut und wieso wieso wird das direkt wieder grün wenn die schafe gras fressen normal ist doch da immer erde ist auch bei mir ist alles gras noch bei mir auch keine ahnung vielleicht wächst es ja so schnell wieder nach ihr keine ahnung normal nicht vielleicht gibt es ja noch dauergras ich weiß nicht irgendwas ist hier komisch aber egal wir nehmen das jetzt mal so hin ich wollte ich wollte banner machen 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 wir erst mal ach mit was weißt du warum das so ist weil mob briefing aus ist genau bleiben bleiben das muss auch aus bleiben warum hast du einfach was putt macht ja genau wenn ich das körper was kaputt das ist doch schon sehr positiv das sind aber zu wenige ich mache mir sorgen um essen und ich habe einfach immer noch in der chest kubiskuchen drin ja genau mein plan ist kann man ihr nicht mehr von mir so vor ist ich hatte eigentlich vor dass das so da bist du hier unten vorsitz ich wollte ich wollte das hier vorne so vorhaben aber nach unten weißt du so wie es bei den blöcken ich brauche eben dass es hier vor den halten davor ist ich muss mir eben eine axt machen sonst kann ich nicht abbauen okay dass das hier unten ist genau so so halb drin wie das hier ist es sollte eigentlich etwas höher sein ja so was ursprünglich geplant problem ist nur wenn du das jetzt abbaust jeder macht den halben wieder rein ist einfach hier vor was dein hund ok jammer n ich habe so jede folge das ist nicht ja machst du so um hier machen wir mal die kommen diese solche Hälfte und weil ich nicht mehr hier haben oder nervst doch nicht so müssen wir weiter nach hinten gut äh nein hier nicht warte mal warte mal bei block treiben muss ich mal was gucken ja ähm ne da vorne hatte ich hier keine aber der tru ist sozusagen der erste ist der mit dir gut ja auch noch mit angebunden werden sozusagen naja machen wir machen wir machen wir machen wir da oben einfach eine leitung drauf springen guck mal du hockst dich hin und ich sprich bringst über mich und ich warte mal den da ein paar müsste passen genau geht sogar wird das da weg machen naja ab vielleicht spielt mir ein bisschen platz noch ja fast die wanderreihe äh ja relevant du bist jetzt dran äh was treibt ihr da bock springen bock springen ok ich kann gar nicht und wie das nennt man die wundervolle gabe der langeweile mit so dass du bis dahin so mit so jetzt bist du raus doch muss doch dahin hui nee kann mit was denn bock springen ich kann grad nicht und wie komm ich baue ich will doch nur bauen nun komm kann ich das signal eigentlich annehmen äh ja das ist wieder in seiner eigenen welt genau können wir mal versuchen vielleicht später hier mit so ja genau wir können ja bei ihrem system umspringen dann ist das nämlich auch an sollte es so jetzt ich so an 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 doch da spielt mit er da kommt ja sowieso noch was was macht ihr da bock springen hat mich an ich bin mal mit ach drüben es wird springen ja machen wir mit ok es kommt mit das spielt mit bock springen rooo bevor sich anders überlegt komm komm wir schon aber so schaffe ich nix ist egal komm mit los es geht um den spaß da machen wir einen platz damit wir dann zwischen uns springen kann raus okay du musst immer raus und dann über mich drüber okay so und jetzt muss raus was ich glaube ich bin euch vor dem kopf gesprungen oder ist gerade durch mich durch aber egal das gibt kopfschmerzen und an der wand okay gut kann ich jetzt weiter aber es hat spaß gemacht auch noch machen so es hat spaß gemacht stimmts meters hat spaß mal ganz doll das muss noch weg das machen wir hier muss ich das irgendwie anders machen das hatte ich ursprünglich etwas anders geplant machen wir so nicht machen wir so nicht so warte mal das signal hatte ich nach hinten gelingt also kann da theoretisch theoretisch da der repeater hin aber das wäre jetzt auch gekehrt da so machen wir das hier ein klein wenig anders so dann legen wir das mich da direkt drauf so wenn das hier ist müsste das ja angehen müsste schon reichen so dann bauen wir uns nach hinten durch so gibt es ja eigentlich eine art tür oder so ja gibt es wo was sie gefunden ok brauchen wir eine tür und das sollte eigentlich zumindest so der plan ich will das mal ausprobieren das müsste so eigentlich reichen für das ja warum der hebel gerade umgelegt worden so ja man reicht nicht jetzt aber ich dachte dass wir fertig davon gut gut hier unter unter und dann müssen wir müssen wir müssen wir das und nur ich ja genau dass ich muss da ein bisschen rausnehmen darunter so ein paar so nein nein wie geht es echt jetzt hier hast du mit reppe hoch so warte jetzt hast du die anderen ich hab die fackel okay ja dann weg da doch so so okay jetzt habe ich kein redstone mehr echt jetzt was meh das hat man kein redstone mehr warte mal doch der muss da sein und wenn ich dachte das könnte gehen ich dachte das könnte gehen das muss hier hier nach oben 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 wo te mal mal ihr weg die linie weg so dass da darüber passt. Siehst du, was nicht passt, wird passend gemacht. Warum bleibt das Licht hier drüben nicht? So, äh, weil das noch nicht dran ist. Weil das noch nicht an ist. Hier fehlt ein Redstone. Hast du ein Redstone? Haben wir hier unten irgendwo noch ein Redstone? So, und der Hebel kommt hier sowieso hinterher noch weg. Das müssen wir aber hinterher noch abändern. Wenn die Hebel müssen wir irgendwo anders hinsetzen, richtig? Ja. Wir haben da nichts kaputt gemacht. Nicht tun. Nicht tun. Nein. Haben wir keinen Redstone mehr hier unten? Ich weiß es nicht. Ich hatte vor einen Haufen in Slagot geschafft. Ernsthaft? Warum? Ich dachte, du hast genug. Nein. Redstone kann man nie genug haben. Das weißt du doch. Echt mal. Ja, ich glaube mal bei dir ein Redstone. Hier oben. Ich glaube, den besten Ausblick. Müssen wir hinterher wieder hin tun. Ich will das jetzt hier verbunden haben. So, das heißt, das hier ist an. Das heißt, wenn ich den Hebel umlege, geht überall das Licht aus. Leinwand geht an. Und das Kino fängt an zu laufen. Aber da das Kino ja noch nicht fertig ist, das Bild noch nicht fertig ist, auf der Leinwand. So, dann muss hier oben, genau, Rose, da muss noch so ein Diaprojektor hin. Der Gehen müssen wir auch noch machen. Aber machen wir ein andermal. Für diese Folge war es das heute. Ich sage bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.